Coole Minifiguren und coole Teile für wenig Geld? Tja, das sind Polywags, zumindest die meisten. Und heute soll es mal um die Top 10 meiner liebsten Polywags gehen. Ich werde dir genau erklären, worum es sich dabei handelt und auch immer möglichst dazu sagen, wo es das genau verfügbar gab oder immer noch vielleicht gibt. Ganz viel Spaß und los geht es. Polywags sind echt der Hammer. Und ich bin die Brickstory und stelle dir heute meine Top 10 Polywags vor. Falls du mich noch nicht kennst, kannst du mich gerne abonnieren, wenn du dich für Lego-Wissen interessierst und wenn du keine neuesten Lego-News mehr verpassen möchtest, aber auch keine detaillierten Lego-Reviews. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem Platz Nummer 10. Und der Platz Nummer 10 hat es echt in sich. Es ist der Gallimus. Der Gallimus aus der Jurassic World-Reihe. Damals zum ersten Jurassic World-Film erschienen. Ein kleiner Polywag für 3,49 Euro. Gab es ihn, glaube ich, ganz, ganz, ganz limitiert bei Toys R Us. Toys R Us, heute Smith's Toys. Und dieser Polywag ist einfach perfekt für jeden, der sich so einen Jurassic World-Park bauen möchte. Wir haben da so eine kleine Gallimus-Figur mit drin. Dazu noch so eine kleine Falle. Da läuft der Gallimus rein und möchte dieses Fleischstück haben und dann geht von oben dieses Kabel über ihn und dann ist er gefangen. Ist einfach super. Wie gesagt, man kann sich eine riesige Armee aus diesen Gallimus-Figuren basteln. Wenn man es für 3,50 Euro gekauft hat, ist es natürlich auch noch vertretbar. Ich glaube, ich habe es irgendwo für 7 Euro dann gebraucht gekauft. Schade, dass es das nicht mehr so häufig gebraucht gibt. Platz Nummer 9 geht auch an einen Polywag von Toys R Us. Und zwar ist es der Force Awakens C-3PO. C-3PO aus The Force Awakens hat einen roten Arm. Und diese C-3PO Minifigur, das ist die absolut detailreiche Minifigur, die du dir vorstellen kannst. Wir haben hier Seitenbedruckungen auf den Armen, Seitenbedruckungen auf den Beinen. Und diesen ganzen Polywag gab es damals für 3,99 Euro bei Toys R Us. Das Gute ist, diese Verfügbarkeit von dem Polywag war sehr, sehr hoch. Das heißt, die gibt es wie Sand am Meer. Und wenn du einfach mal gebraucht bei Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel guckst, kriegst du den bestimmt auch schon für 8 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall für diese Minifigur. Die gab es auch noch nirgendwo anders. Und ist einfach ein Träumchen, wenn man die sich einmal irgendwo hinstellen kann und dann bestaunen kann. Denn die Bedruckung ist einfach nur der Hammer. Jetzt ein Polywag, was für mich ganz besonders ist. Denn es könnte sogar sein, dass es das erste Polywag war, was ich jemals besessen habe, wenn ich ehrlich bin. Und dabei geht es um Voodoo Captain Jack Sparrow. Warum ist es so besonders für mich? Also erstmal war es meine absolute erste Captain Jack Sparrow Minifigur. Ich habe die Figur gekauft, nachdem die Pirates of the Caribbean Sets rausgekommen sind. Also die waren schon wieder aus dem Programm raus. Und dementsprechend super teuer. Und ich wollte unbedingt Captain Jack Sparrow haben. Und dann bin ich damals auf dem Flohmarkt gewesen. Und dann hatte da jemand diesen Polywag. Also mitten in so ganz viel Geschirr stand dieser Jack Sparrow Polywag. Und dann habe ich gesagt, oh cool. Bin hingegangen, habe gefragt, wie viel der denn kosten soll. Und dann hat die Dame gesagt, 1 Euro. Und ich habe es dann tatsächlich noch auf 50 Cent runtergehandelt. Ja, mir war damals nicht bewusst, wie viel der tatsächlich wert war. Sonst hätte ich natürlich auch den 1 Euro bezahlt. Tja, ich habe jetzt diesen Jack Sparrow Polywag. Und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich ihn angucke. Nebenbei, ich habe auch ein Video über alle Jack Sparrows gemacht, die es gibt. Das verlinke ich euch hier auch nochmal. Da ist auch dieser Polywag natürlich mit dabei. Und auf das jetzt folgende Polywag hat bestimmt schon jeder Lego Store Fan gewartet. Denn dabei handelt es sich um das Lego Store Polywag. Dieses Lego Store Polywag, das gab es manchmal für VIP-Mitglieder im Lego Store gratis dazu. Es ist nicht so ganz klar. Manchmal gibt es immer noch, wenn du Glück hast und ein freundlicher Verkäufer, dann schmeißt du ja nochmal sowas dazu. Aber dieses Polywag hat es echt in sich. Wir haben hier so einen kleinen Lego Store. Da ist noch ein kleiner Verkäufer, der steht da noch mit drin. Wir haben die Prick-A-Brick-Wand. Wir haben auch noch so ein bisschen von diesem Regal-Teil vom Lego Store mit dabei. Und das sieht perfekt genauso aus, wie du dir einen Lego Store vorstellst. Und wie auch ein Lego Store in echt aussieht. Also echt sehr, sehr cool. Wir haben auch noch so einen schönen Drachen, der da noch mit dabei ist. Ich glaube, in Berlin gibt es den wirklich. Und wir haben auch nochmal so ein riesiges VIP-Schild. Und auf diesem VIP-Schild steht auch nochmal so eine rote VIP-Minifigur. Alles in einem einfach ein sehr gelungenes Polywag. Und was es zumal dann auch noch immer noch gratis gab. Echt, echt sehr, sehr schön, bin ich sehr zufrieden mit. Und es ist auch sehr, sehr viel Inhalt in diesem Polywag. Anschließend dann ein kleineres Polywag. Und zwar der Uruk-Hai-Soldat mit Balliste. Das war damals von Herr der Ringe. Und das gab es nur in den USA und in Großbritannien, glaube ich. Das war bei irgend so einem Magazin gab es das nochmal mit dazu. Und leider, leider nicht bei uns. Es wäre einfach ein Traum gewesen, wenn man sich von diesen Polywags, meinetwegen für 4 Euro, einfach mal 100 Stück kauft und dann so eine riesige Uruk-Hai-Armee baut. Ihr kennt mich, ich würde sowas machen. Es ist einfach ein schönes Polywag. Wir haben hier so eine kleine Balliste dabei und einen Uruk-Hai-Soldaten. Leider nicht mit dem Uruk-Hai-Schwert und dem Schild. Aber trotzdem, diese Uruk-Hai-Figur ist einfach sehr gelungen. Und genauso auch dieses Polywag. Schade, dass es das nicht ganz normal irgendwo verfügbar gab. Auf Platz 5 haben wir den Chrome Darth Vader. Chrome Darth Vader gab es damals zum 10-jährigen Star Wars, Lego Star Wars Jubiläum. Wie habt ihr den bekommen? Also dieser Chrome Vader, der wurde zufällig immer in irgendwelche Sets von damals reingepackt. Und dann war halt dieser Polywag einfach mal irgendwo in so einem Set drin. Ich hatte leider nicht das Glück. Ich habe es aber wirklich probiert, muss ich euch sagen. Jetzt ist so ein bisschen Storytime. Ich habe damals tatsächlich mir die Küchenwaage von meiner Mutter genommen und bin dann mit dieser Küchenwaage in den Spielwarenladen gelaufen und habe damit die Battle Packs abgewogen, um zu gucken, welche Battle Packs schwerer sind und welche leichter sind, um irgendwie diesen Chrome Darth Vader zu finden. Leider hatte wohl mein Spielwarenladen den Chrome Darth Vader nicht da, denn die Battle Packs waren alle gleich schwer. Und dementsprechend hatte ich auch leider kein Glück mit den Battle Packs. Aber auf jeden Fall war das ein sehr, sehr, sehr komisches Erlebnis, mit der Küchenwaage im Spielzeugladen zu stehen. Und nebenbei, dieser Chrome Vader ist natürlich einfach so eine absolute Traum-Minifigur. Diese klassische Vader-Figur, die es jetzt seit kurzem auch nicht mehr, ja seit 2014 glaube ich, nicht mehr in der Version gibt mit dem Helm. Einfach eine schöne Minifigur und dementsprechend heute original verpackt, einiges wert und auch so geöffnet auch einiges wert. Platz Nummer 4 geht dann an Iron Man und Dummy. Iron Man und Dummy, die gibt es aktuell bei vielen Müller-Läden noch für 3,99 Euro. Superpreis für eine Iron Man-Minifigur. Die sind dann normalerweise immer in sehr, sehr teuren Sets mit drin. Und hier hast du den Iron Man im Quantum Suit und du hast noch einmal seinen Roboter-Dummy mit dabei. Und was auch cool ist, man kann so einen kleinen Ständer noch dazu nehmen und da fliegt Iron Man dann mit durch die Gegend. Finde ich eine sehr coole Funktion. Platz Nummer 3 ist der einzige Polybag, glaube ich, der hier keine Minifigur drin hat oder keine Figur und zwar ist das der Mops. Der Mops mit einem Hydranten und dieser Mops guckt einfach nur super niedlich und die coolste Funktion ist einfach, dass man ihn neben den Hydranten stellen kann und dass er dann einfach ein Bein hebt und dass sie aussieht, als ob er da gegen den Hydranten strullert. Ich habe diesen Polybag meiner Oma geschenkt und das ist wirklich das einzige Lego-Set, was sie bei sich in ihrer Wohnung stehen hat. Sie hat sich auch mega gefreut. Und ich habe mich auch gefreut, dass ihr zu checken, einfach auch was, was nicht für Lego-Fans was ist und ein super gelungenes Polybag. Das findest du zum Beispiel manchmal bei Rossmann, da kannst du es mitnehmen. Manchmal gab es es auch, glaube ich, im Lego-Store für 3,50 Euro dann. Platz Nummer 2 geht an einen Polybag, den ich mir auch schon sehr lange wünsche und hoffentlich mir irgendwann auch den Traum erfüllen kann, die zu kaufen und zwar den weißen Boba Fett. Den weißen Boba Fett in der älteren Version, das heißt die Version, in dem der Helm noch mit dem Jetpack verbunden war. Einfach ein sehr seltener Polybag, den es zu ganz besonderen Anlässen gab. Letztens gab es den erst im Lego-Haus bei dem Star Wars A-Fall-Event und die Figur ist einfach nur ein Traum für mich. Ich mag diese alte, grüne Boba Fett-Figur, wo der Helm mit dem Jetpack verbunden ist sehr und diese weiße Minifigur setzt dem Ganzen einfach nochmal die Krone auf und sieht einfach nochmal cooler aus. So, und Platz Nummer 1. Ich glaube, viele können sich das denken, was bei mir auf Platz Nummer 1 ist. Ich habe ja auch letztens dazu ein Unboxing-Video gemacht und es ist der Silver Centurion. Iron Man Silver Centurion. Den gab es damals bei Vorbestellungen bei GameStop in den USA zum Beispiel gratis dazu und bei uns gab es den, glaube ich, wenn man das Nintendo-Spiel von Avengers gekauft hat, so Marvel Avengers oder so hieß der und dieser Polybag, der ist einfach wow. Also, der setzt allem die Krone auf. Wir haben hier den Iron Man Silver Centurion dabei. Wir haben hier zwei bedruckte Teile. Von hinten kommt einfach ein bedrucktes Teil an Iron Man ran. Von vorne an die Front kommt ein bedrucktes Teil an die Front ran. Da kriegt die, glaube ich, auch noch einen Ersatzteil von. Die Minifigur hat an der Seite Bedruckung, an den Armen Bedruckung und sieht einfach detailliert aus. Ich würde sagen, es ist vielleicht sogar der beste Iron Man, der jemals erschienen ist und dieser Polybag ist dementsprechend auch wahnsinnig teuer. Wenn ihr das Video geguckt habt, wo ich das ausgepackt habe, dann wisst ihr, wie viel ich dafür bezahlt habe. Einfach ein Traum von einem Polybag. Seid froh, wenn ihr den habt. Da habt ihr auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Top-Tendeste. Mir hat es echt Spaß gemacht, die Polybags runter zu zählen. Denn ich liebe Polybags. Und ich bin mir sicher, dass du auch einige Polybags kennst und auch liebst. Und deshalb möchte ich dich bitten, dass du mir einfach einmal deine Top-Ten der besten Polybags in die Kommentare schreibst. Wir können da sehr gerne diskutieren drüber. Und ich verlinke dir hier jetzt nochmal die Liste mit allen Top-Ten-Videos, die ich noch gemacht habe. Da sind auch noch ein paar sehr spannende dabei. Zum Beispiel die besten und schlechtesten Remakes, die es jemals gab. Ich wünsche noch ganz viel Spaß in der Lego-Welt. Bis dahin und ciao.